Oh wow, Rasenmäher-Saison hat zwar begonnen, aber momentan ist er geradeaus, also ich muss die Chance nutzen und wir kommen zum Test des Topping G5. Das wäre ein portabler Deckcamp mit Bluetooth-Funktion für knappe 270 Euro. Gibt es, wie hier zu sehen, in Silber, allerdings auch in Schwarz, wurde mir netterweise von HiFi College zur Verfügung gestellt. Links packe ich einfach mal in die Beschreibung, allerdings mit dem Hinweis, dass diese zum Zeitpunkt des Drehs zu Amazon.com führen, da im deutschen Store gerade nicht verfügbar ist, könnte sich allerdings demnächst auch noch ändern. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit dem Test an und kommen zum Lieferanfang und solange man kein Apple-User ist, die müssen sich das Topping typisch meistens irgendwie selber ordern, das passende Lightning-Kabel, hat man alles, was man bräuchte. Also für AUX gibt es das passende Klinke-Kabel, die meisten allerdings, die es nicht per Bluetooth nutzen, sondern per USB-C an einem Android-Gerät, bekommen ein gerades Kabel. Falls sich das allerdings lieber ist, gibt es das Ganze auch noch in 90 Grad angewinkelter Version. Und dann auch für PC-User vielleicht eben USB-C A zu C, wobei das so kurz ist, dass es nicht wirklich viel Sinn macht, allerdings haben die meisten wahrscheinlich am PC irgendwo ein USB-C liegen, das sie nutzen können. Dann gibt es noch eine Gummimatte, die man zwischen Handy und Amp packen kann und noch zwei dickere Gummibänder, allerdings habe ich die schon verlegt, wäre es das Lieferanfangtechnisch schon gewesen. Es gibt auch noch eine kleine Samttasche, die ich gerade auch nicht da habe. Braucht die allerdings nicht wirklich, denn das Gerät ist super robust verbaute, da mache ich mir keine Sorgen. Hier ist es auch vor Kratzer geschützt mit dem Kunstleder. Das Ganze ist allerdings aufgrund eben des robusten und edlen Feelings ein bisschen auf der schweren, klobigeren Seite, denn ein Alpha X-Can, ja, seht ihr schon, ist deutlich kleiner und auch wenn er billig wirkt, halt auch deutlich leichter. Ist allerdings auch technisch veraltet, deswegen macht der als Vergleich einfach wenig Sinn, denn der hat nur noch APTX als Kodik und ist klangqualität, einfach nicht mehr auf dem neuesten Niveau. Wäre eigentlich ein Griffin hier schon besser, der kostet allerdings über das Doppelte und ist deswegen auch kein wirklicher Konkurrent. Am ehesten dann vielleicht noch einer von den Fio Q5s, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber wir haben hier heute den und den gucken wir uns genauer an und fangen auf der Rückseite mal an mit den Ports. Da gibt es einmal USB-C zum Chargen und USB-C zum am Duck-Usen. Äh, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Was ich jetzt hier gern gesehen hätte, ist wie bei den neueren Fio-Geräten, dass wenn ihr den Chargen wollt oder im Prinzip am Desktop betreiben wollt, ihr den Akkubetrieb ausschalten könnt, dass der nicht eben extra beansprucht wird. Das gibt es hier leider nicht. Ansonsten gibt es noch einen Schalter für High, Medium und Low Gain und dann noch für Bluetooth, USB und AUX. An der Vorderseite gibt es dann 4.4 Pentagon, 3.5 Klinke und noch einen Eingang in Klinke-Version. Schaltet das Gerät dann am Drehregler ein, hört ihr auch schon das Klacken. Das Drehreiter hat übrigens nahezu gar kein Spiel und fühlt sich sehr, sehr smooth an. Ist das Gerät an, gehen dann auch noch zwei LEDs an. Einmal grün als Bestätigung, dass das Gerät an ist und eben maximal geladen. Und dann noch blau. Blau leuchtet, bis USB oder Bluetooth verbunden hat. AUX hatte da nichts, außer ihr steckt vielleicht ein und habt eine passende Verbindung. Kann ich jetzt allerdings gar nicht bestätigen, weil ich das so nie genutzt habe, da ich eigentlich immer Bluetooth nutze. Wir haben übrigens LDAC, APTX HD und so weiter und so fort. Müsste ich nur eins erwähnen. Mein Motorola Edge 30 Fusion verbindet komischerweise immer direkt mit APTX HD oder Low Latency eigentlich. Allerdings nicht mit LDAC. Und auch wenn ich separat einstelle, macht er zwar den Switch, aber wechselt er auch nicht wirklich. Mit meinen zwei OnePlus-Geräten allerdings automatisch LDAC drin, was mir so auch am liebsten wäre. Müsste ich allerdings auch gerade schon verbindungstechnisch zu einem Punkt kommen. Denn es gibt keine App oder Sonstiges. Also das ist im Prinzip ein Dumb-Bluetooth-Gerät. Auch die Akkuzustandsanzeige ist nicht vorhanden in Android. Und das Einzige, wie ihr wisst, wie viel Akku der hat, ist im Prinzip anhand der grünen LED, die, wenn das Gerät eben dem Ende sich zuneigt, auf rot switcht. Aber das passiert vielleicht eine halbe Stunde vor Ende. Und habt ihr jetzt grün, könntet ihr eine halbe Stunde vor rot sein oder fünf Stunden. Und ihr wisst es nicht. Das ist so ein kleinerer Nachteil. Wenn wir allerdings nochmal von der Smart-Funktion reden oder besser gesagt der nicht vorhandenen, ganz kurz nochmal zur Verbindung. Denn mit dem besagten Motorola-Gerät, das komischerweise auch nicht mit LDAC funktionieren will, hatte ich arge Probleme und dachte schon, das Ding hat Verbindungsprobleme. Denn sobald ich das in der Hosentasche habe, in einer Seite und das Handy in der anderen und ein bisschen mich bewegt, gab es da permanent Abbrüche. Allerdings dann eben mit beiden OnePlus-Geräten war die Verbindung stabil. Auch zum Beispiel mit meinem Bluesound Note 2, wenn man da das Signal sich geben will. Gar kein Thema. Auch Versatz und so weiter. Muss man gar nicht drüber reden. LDAC ist ein super Codec. Wobei ich auch sagen muss, am Moto-Geräten mit Apple-TX Low Latency ist das gar kein Thema. Kommen wir zum Akku. Der ist angegeben mit so knappen zehn Stunden maximal. Acht Stunden mit High-Gen und eben Balance und so weiter. Was ich im Alltag erreicht habe, war mit In-Ears, würde ich sagen, so gute drei Tage. Und mit dem Over-Ear dann so zwei bis drei Tage, je nach Nutzung natürlich. Allerdings, die Werte sahen in etwa so aus. Wenn ich das Gerät in etwa zwei Uhr nutze, in High-Gain, was allerdings schon ein sehr hoher Pegel ist, bin ich mit einem Over-Ear bei knappen sechseinhalb Stunden gelandet. Mit dem In-Ear dann, zwar auch auf High-Gain, allerdings ein bisschen weniger Pegel, lag ich dann bei so knappen sieben Stunden. Wenn ich jetzt davon ausgehe und nutze Medium-Gain, ich sage jetzt mal Humane Level, dann sind die acht, neun, zehn Stunden eigentlich sogar zu erwarten. Und ich muss sagen, diese zwei bis drei Tage habe ich mit relativ guter Nutzung hinbekommen. Also ich fand mich hier nie wirklich limitiert. Das Einzige halt nur, dass man halt im Auge behalten muss, wie voll das Gerät halt ist, wie schon erwähnt, wegen der fehlenden Akkuzustandsanzeige. Für die, die jetzt halt gerne eine App hätten, vielleicht einen Nachteil, muss ich allerdings sagen, keiner. Denn mir ist so ein einfaches Gerät eigentlich schon lieber, auch wegen einem analogen Drehrad. Denn hier kann ich viel, viel feiner einstellen, auch wenn er beim minimalen Pegel im Prinzip eine Unausgeglichenheit der Lautstärke hat, zwischen rechts und links. Allerdings ist es kein Pegel, den er nutzt. Und dann nach Pass kann ich halt hier feinfühlig einstellen und weiß halt auch, wo ich bin anhand der Anzeige. Das Ganze ist dann hier auch geschützt, dass ihr nicht außer Sehen drankommt. Das hat allerdings einen kleinen Nachteil mit sich gebracht. Denn habt ihr zum Beispiel einen kurzen Klinker, habt ihr dann gewinkelt und passt das Ganze noch problemlos. Das sollte auch bei 3.5 kein Thema sein. Habt ihr allerdings einen von den neueren, eben die modular sind, zum Beispiel wie hier, dann könnt ihr da schon leicht anschlagen. Also man kommt noch vorbei, aber gerade bei 3.5 wird es dann ein bisschen ein Problem. Mit dem Geraden dann halt sowieso nicht. Also das wollte ich nur nebenher erwähnt haben. Ist jetzt kein Riesending. Wenn wir dann schon von riesig reden, das ist die Leistung. Mit 1,2 Watt ist das Ding ordentlich bestückt. Okay, der Alpha X hat auch ein Watt, aber wie schon gesagt, ein bisschen technisch veraltet, ist es mehr als ausreichend. Also ich konnte damit jeden Over-Ear, den ich habe, nutzen, ob es ein Planaris oder auch ein 300, 350 Ohm Dynamik. Gar kein Thema. Bei den IEMs müssen wir das gar nicht anfangen. Wobei hier dann eventuell ein Rauschenproblem sein könnte. Kann ich euch allerdings eben beruhigen. Absolut nicht. Egal auf welcher Gainstufe, egal mit welcher Pegelstufe. Ich konnte keinerlei Rauschen feststellen. Ein absolut cleanes Signal und das eben ausreichend von IEM, von sehr, sehr empfindlichem, dank Low-Gain oder eben unempfindlichen Over-Ears. Alles sauber. Was auch sauber ist, ist der Klang. Wobei man hier eben erwähnen müsste, also so wie ich das nach eben zwei Topping-Geräten, die ich kenne, eben sehe, scheinen die extrem neutral eben auch fast schon analytisch zu sein. Also das Signal ist sehr pur, unverfälscht und gerade im Höhenbereich sehr, sehr aufdeckend. Also wenn ihr alle Details einfach nur ungefiltert haben wollt, dann ist es das richtige Regel. Was allerdings nicht ganz so sehr ist, vielleicht, was manche vielleicht haben wollen würden, ist ein bisschen musikalischeres Feeling, wie zum Beispiel bei iFi, wo das Ganze ein bisschen smoother, runder, wärmer ist, eben auch mit Features wie X-Base und so weiter versehen. Also das gibt es ja alles nicht. Aber ich muss sagen, wer eben ein analytisches oder ich sage jetzt einfach mal pures, unverfälschtes, neutrales, authentisches Gerät haben will vom Klang, der ist ja wirklich richtig. Persönlich muss ich sagen, bevorzuge ich eigentlich was Musikalisches, aber gerade für mich als eben Kopfhörertester und so weiter, finde ich das praktisch, dass ich hier halt weiß, ich höre das Gerät oder im Prinzip den Kopfhörer, wie er ist und nicht noch extra was von dem. Das müsst ihr allerdings für euch beurteilen. Wobei, wenn wir zu den Alternativen kommen, da gibt es nicht wirklich allzu viele. Denn der X-CAN, der immer noch über 300 Euro kostet, ist keine mehr. Denn, wie schon gesagt, Codec-technisch und auch klangtechnisch ein bisschen veraltet. Der Griffin kostet weit über das Doppelte, hat so ein paar Software-Probleme. Also dem traue ich nicht ganz so wegen der Lautstärke, die dann maximal einfach mal einfach hochdreht, ohne wirklichen Grund und so weiter. Also der war mir für die Leistung, für den Klang einfach ein bisschen zu teuer. Und hier kriege ich deutlich mehr Leistung im Vergleich zu anderen für eben wirklich humanes Geld. Dafür verzichtet er, wie schon gesagt, auf die Smart-Funktion. Und dann wäre vielleicht noch ein Fio Q5 oder Q5S zu erwähnen, der auch so bei knappen 300 Euro liegt, wenn ich mich nicht täusche. Ein Q7 ist dann deutlich, ein Stückchen teuer. Was auch ein Grund ist, wieso ich den nicht testen will. Denn persönlich für so einen portablen DAC finde ich 700 Euro ein bisschen zu viel. Außer man will das Ding halt auch regelmäßig vielleicht als Desktop-Am nutzen, was bei dem ja wirklich super machbar ist. Und das habe ich zum Beispiel sehr, sehr oft gemacht an meinem Gaming-PC, wenn ich eben bestimmte Kopfhörer, die ich eigentlich mittlerweile alle mit 4 für Pentagon nutzen will, habe ich die passenden Anschlüsse nicht. Mit dem habe ich es, schließe einfach direkt per USB an, wird auch direkt erkannt. Man braucht nicht unbedingt extra irgendwie Treiber oder sonstiges, irgendeine Software, irgendeine App. Klar, man hat natürlich auch keinen Equalizer dadurch, das müsste man sich halt systemweit selber besorgen. Aber das fällt mir wirklich gut, halt auch gerade in Verbindung mit dem analogen Drehrad und so weiter. Deswegen, manchmal ist weniger einfach, ich will nicht sagen mehr, aber einfach praktischer. Ihr schaltet das Ding an, der verbindet einfach mit einer stabilen Verbindung, solange es kein Motorola-Gerät ist und guter Leistung, guten Klang. Wenn ich gut sage, meine ich für das, was ist, eigentlich schon sehr gut. Aber ja, manchmal rede ich einfach und weiß nicht, was ich da wirklich sage, weil es einfach unüberlegt rausgeschossen kommt. Aber ich kann das Gerät auf jeden Fall empfehlen. Ich habe den sehr, sehr viel genutzt, weil er halt auch flexibel nutzbar ist. Wenn ich einfach portable viel Leistung brauche für alle Oberhörer, die ich momentan noch gerade teste, greife ich eigentlich immer zu dem. Wenn ich am Gaming-PC eben 4.4 brauche, schließe ich den einfach an, bevor ich da jetzt irgendwie ein Desktop-Gerät anschließe. Ich habe eigentlich immer Akkuleistung. Wie gesagt, das Einzige, was ich hier wirklich gerne gesehen hätte für die, die es am Desktop eben regelmäßig nutzen wollen, ist die Möglichkeit, das Akkuladen abzuschalten. Aber ansonsten ist er halt vom Preis wirklich in Verbindung mit der Leistung, der Verarbeitungsquartier und so weiter mit 270 wirklich sehr, sehr fair aufgestellt. Denn andere sind entweder leistungstechnisch schwächer oder einfach deutlich teurer und bieten nicht wirklich viel, ich sage jetzt mal, im Alltag praktische Sachen mehr. Deswegen, wirklich top. Außer es gibt Alternativen, die ich vielleicht einfach übersehen habe von Marken, die ich gerade nicht auf dem Radar habe. Können wir gerne in den Kommentaren sagen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.